Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part von Nioh 2. Es geht weiter mit den neuen Missionen, diesmal mit der Mission Vertrauenswürdig. Ich lese euch das kurz vor. Ah, wie ich sehe, bist du noch im Land der Lebenden. Das muss an deinem Yo-Kai-Blut liegen, heh heh. Wenn du geschlafen hast, sind zwei Neueinkömmlinge mit einer Bitte eingetroffen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber sie sind ganz versessen darauf, gegen dich zu kämpfen. Falls du Interesse hast, mache ich euch gern miteinander bekannt. Was sagst du? Also ich würde sagen, wir kämpfen gegen zwei Gegner gleichzeitig. Das sind mir immer die liebsten Missionen nicht. Also so wie es aussieht, kommt wirklich das DLC das 1. erst am 30. Juli. Also haben wir noch ein bisschen Zeit zum Überbrücken. Oh, das ist doch rechts Honda, ne? Das wird ein Spaß. Gut gebufft. Man, ich konnte kein Wuchtkontor einsetzen. Die hilft mir. Dann ist das Ganze ja gar nicht mehr so schwer. Irgendwa. Nein, 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 nicht töten, ja? Tut mir das nicht an. Egal, du stirbst jetzt. Die hilft mir auch noch ein bisschen. Also wenn wir zu zweit kämpfen, ist es zu leicht. Ich glaube, alleine der mit seinem ganzen Fernkampfzeug und dem Schut zu. Das machen wir gleich nochmal mit Stufen Synchro. Aber ich würde mir weniger von diesen Zweikämpfen, ich würde mir mal ein paar richtig große Missionen wünschen. Ich denke, die Zwielicht wird eine definitiv sein. Aber wir haben ja auch noch zwei Missionen gar nicht gesehen auf der letzten Map. Es ist zwar kein Absender angegeben, aber hier ist ein Schwert für dich. Diese Klinge wurde dir anvertraut, zusammen mit der Zukunft der Tokugawa und dieses Landes. Das ist eine große Verantwortung, aber ich bin sicher, du bist ihr gewachsen. Sie war nicht gerade der feindsinnigste Paar, aber immerhin waren sie unterhaltsam. Schauen wir uns mal gleich die neuen Waffen an. Da, die war glaube ich neu. Aber wie immer, nicht so auf 170. Egal, machen wir es gleich nochmal mit Stufen Synchro. Hatte ich die da eigentlich gemacht, weil die kam mir da trotzdem noch so leicht vor. Ja, Stufen Synchro war an, ok. Der einen, den einen Buff hat es abgelöst, ne? Wir kümmern uns an ihn. Wir kümmern uns an ihn, aber wir kümmern uns an ihn. Aber er ist halt hinten sehr anfällig. Gleich haben wir ihn. Tschüss. Also wir sind trotzdem einfach zu hoch. Ich glaube Level 280 habe ich mittlerweile schon. Sind wir aber auch schon wieder beim Ende des Parts angelangt. Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Däumchen. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Neo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.